Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Ja, ich könnte diese Folge jetzt wieder damit beginnen, wie ich versuche, diesen Anhänger rückwärts da reinzufahren. Es hat einmal sehr gut geklappt, siehe Beweisfolge. Ich würde sagen, es war gut genug für den Moment. Mist, wann müssen wir Cranberries ernten? Das ist wirklich nicht die schönste Textur. Äh, ja, eben zwei Monate. Also, in drei. Fünf von sechs, sechs von sechs. Und bitte pass. Haha, super. So. Die restlichen noch holen. Wer ist angekommen bei Hofparken? Machen wir den noch einmal fix sauber. Dann haben wir das auch. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir... Ich habe mir jetzt dann doch überlegt... Wir müssen mal ein bisschen Holz verkaufen. Ich glaube, da müssen wir in der Folge mal durch. Ein bisschen Holz aufladen. Wir brauchen Kohle. Wir werden die Silage nicht zum Bestpreis verkaufen können. Wir werden sie so verkaufen müssen. Wir sind der Silagepreis... Oh, und ich habe natürlich nicht geguckt, wie man das auf den Knopf legen kann. Für weitere Sponsoring-Ideen bin ich übrigens zu haben. Wer so sagt, Mensch, das Speicher... Mensch, du solltest mal sprechen lernen. Auch eine gute Idee. Wer sagt, Mensch, das Speichertool könnte doch noch von wem anders präsentiert werden. 279, so, Bestandsprüfung, Bedienungszeitsparen, Bedienungspunkts hier. Silage. 309 Grad. Ja, gut, es ist ein Unterschied. Aber wir brauchen die Kohle. Wo ist denn unser Fan-Favorit hier? So. Haben wir so 50.000... 80.000 reicht locker hin. Dann... Erst du das bitte zur Ravenwood fahren. Und verkaufst das mal ein bisschen. Wir brauchen Geld. Für den Rüben-Ernter. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt... Ach, der Mani-Toe wäre natürlich auch cool. Dass jetzt ein Rüben-Ernter plötzlich... Für einen reduzierten Preis drinsteht. Mieten dürfen wir nicht. Kredit nehmen dürfen wir nicht. Die Spritze könnten wir verkaufen. Was ist die noch wert? Na, immerhin 50.000. Wir könnten uns auch von irgendwas anderem trennen. Ich bin gerade so ein bisschen überfragt. Ich würde eigentlich gerne die Hochtankstelle setzen, aber... Ja. Keine Rüben ernten ist ja auch... Keine Lösung. So, Feuer frei. Ja, die haben wir... Passt doch da in die Ecke noch rein. Und so ein Schwader hier. Mein lieber Schwager. Ist das ein Schwader? So. Mhm. Na egal. So, du fährst... Ja, dann werden wir gleich mal gucken. Ich habe gerade in so ein... Krötchen reingebissen. Mit Zucker. Jetzt ist das hier überall... Ganz zuckerig. Gut, was macht unser Drescher? Er ist am Dreschen. Er ist am Dreschen. Ich mache ein Screenshot. Ja. Ja, die Wege sind jetzt weiter. Vielleicht müssen wir hier auch noch einen zweiten... installieren. Wenn der hier jedes Mal vollläuft. Dann werden aus den zwei Stunden ganz schnell mal... drei oder vier... Wir haben noch den Dings hier stehen. Du kannst helfen. Du bist kräftig genug. 150 PS. Du fährst zwar nur 40, aber... wenn du stehst, fährst du ja gar nicht. So langsam wird es hier so ein kleiner Hof. Das ist ganz cool. Also langsam mal ein bisschen so auf Details gehen. So. Ähm... Ähm... Ne. Moment. Gerste fällt. Und... Produktion. Mühle abliefern. Feuer frei. Dann haben wir da noch einen zweiten. Ich glaube, das macht Sinn. Die Wege sind irgendwie weit. Zumindest steht er hier die ganze Zeit nur rum. Ähm... So. Mal gucken. Was ist denn das hier? Textausrichtung. Liste. Mal links. Ich glaube, das ist ein bisschen angenehmer zu lesen. Wie kann das sein? Dann mal ein Feedback geben. Ich finde es ganz gut so. Gerade jetzt für den Moment zumindest. Du verkaufst jetzt. So. Mal rechtzeitig hergejumpert. Mal gucken, ob es überhaupt geht. Das ist ja mit Ravenwood immer so eine Nummer. Da geht ja irgendwie nur die Hälfte. Ja. Das scheint aber zu funktionieren. So. Geld kommt in die Kasse. Ungefähr so viel Spritverfahren, wie er gerade verdient hier. Nicht mal 5.000 pro Anhänger. Naja. Wir haben natürlich ganz ordentlich noch eingeladen. Also das wird ja dann nochmal zu 20 Prozent. Ne. 50 Prozent drauf. Also alles Stroh kriegen wir nicht weg. Das wären also 650.000 nochmal plus 300.000, die wir haben. Ja. Das ist im Moment unsere Haupteinnahmequelle neben dem Holz. Und da müssen wir jetzt auch eben einmal hin. Wo ist er denn? unser Arjan. Wir machen hier nochmal schön erst mal die Fertigwände und so wegkriegen. Dann muss ich vielleicht auch nochmal ein paar Bäume fällen. Ich hätte ja gern, ich hätte gern, ich hätte gern, ne. Ich hätte ja gern so einen kleinen Kompaktlader hierfür. Ich finde die ja super cool. Insbesondere die mit den Ketten. Ich sehe gar nichts. Ja, was könnte ich erzählen, während wir hier diese stupide und monotone Arbeit ausführen? Das große Update von Giants. Ich weiß grad gar nicht, was das überhaupt gebracht hat. Aber es war, also waren ein paar hundert Megabyte. Ups. Hat jetzt auf jeden Fall hier in der Karte nichts zerschossen. Darüber bin ich extrem froh. Das ist dann gerade für die Let's Plays immer super ärgerlich, wenn wir dann wieder jetzt wechseln müssen. Jetzt haben wir uns hier gerade nochmal so ein bisschen etabliert. Insgeheim, das gebe ich offen zu, ist die Wild West für mich persönlich die schlechtere der beiden Karten, wenn man Land Down Under und Wild West miteinander vergleicht. Und dass wir wechseln mussten, hat mich am Anfang auch echt gestört. Aber ich möchte jetzt ungern eigentlich nochmal zurück wechseln, weil wir uns hier gerade auch so ein bisschen schön aufbauen. Prinzipiell ist ja jetzt die nordfriesische Marsch auch nochmal in ein neues super Update gekommen. Ich weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hat. Also wer das gar nicht kennt, die nordfriesische Marsch ist eine Karte von Modern Fat Action, die eigentlich so sehr bekannt, sehr beliebt ist, weil sie mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail gemacht wurde. Und der hat jetzt gerade ein super Update. Also entweder bringt er es gerade raus oder hat es schon. Das habe ich noch nicht hundertprozentig mitgekriegt, weil es gab ja diesen Giants Multi Früchte Patch. Also so wie ich das verstanden habe, bitte korrigiert mich, wenn es falsch ist, konnte man bisher 64 zusätzliche Fill Types definieren. Also Früchte, sowas wie Sand, Cranberries wäre so ein Fill Type und so weiter und so fort. Und das wurde angehoben, das Limit auf, ich meine, 256. Ja, sehen Sie hier, wie man alles schlimmer macht. Also ab 256, das bedeutet im Endeffekt, dass man eigentlich einen neuen Spielstand landen muss. Das ist sehr, sehr, sehr detailliert erklärt, wie man umziehen kann. Und quasi nahezu alles, außer irgendwelche Brüchte, die auf dem Boden liegen. Also so, was weiß ich, ein Berg voller Stroh oder Heu oder Gras oder so, konnte man also mitnehmen. Nichtsdestotrotz, wir machen mal lieber die Spanngurte dran. Nichtsdestotrotz ist das natürlich immer so ein, ja auch so ein Moment, um neu anzufangen. Ich habe tatsächlich, aber bitte nagel ich mich nicht drauf fest, zum Container, Container verkauft, so. Darüber nachgedacht, ob man so ein zweites Let's Play anfängt auf der Marsch, vielleicht unter anderen Bedingungen. Da kann man ja auf jeden Fall auch erstmal klein anfangen oder generell mit so einer Karte, wo man klein anfängt, wo wir vielleicht viel dann selber machen, vielleicht auch parallel streamen. Das könnte man sich ja mal überlegen. Aber so hundertprozentig, ja, also die Marsch ist schon echt cool. Ich meine, ich gehe davon aus, dass die meisten von euch die Marsch schon selber gespielt haben und dann sind die Let's Plays auch irgendwie vielleicht gar nicht so interessant. Aber es ist halt eine sehr, sehr, sehr coole Karte. eine Geschichte, warum ich mit der Karte angefangen habe, weil ich ja, weil ich dann am Ende mal zeigen möchte, wie man mit mehreren Dreschern auf diesen riesigen Feldern arbeitet und mit mehreren Points dazu zum Abfahren und so. Das werden wir hier auch machen können, dafür sind die Felder groß genug. Aber die Karte ist natürlich auch sehr interessant, nordfriesische Marsch. So, ähm, wir haben jetzt hier zwei Abfahrer und gucken wo die sind. Einmal der ZT, der steht hier an der Stelle und wir haben noch den Arion, der steht hier. Also die sind bereit, der sollte hoffentlich nicht zu lange rumstehen, der Drescher. Hier wird entsprechend gestriegelt, der ist gleich fertig. Du verkaufst. Du stehst hier rum, dich hatten wir schon. Du fährst Holz weg. Berechne Fahrt steht hier, also der... Ey, hier ist immer noch so viel drauf. Dann müssen wir hier düngen, grubbern. Gucken, was ist denn der Feldstatus? Na los. Okay. Zeigt jetzt gar nichts an, muss gepflügt werden, zeigt dann nicht an. Gedingt ist auch nicht, ist klar. Benötigt Kalk Gott sei Dank auch nicht. Ja. So, du holst den letzten. Den knallen wir jetzt hier nochmal ins Silo, dann haben wir ein bisschen Heu. Silo Input, auch auf der hohen Kante. Dann ist die Grasernte beendet, nur noch fertig stregeln, Feierabend. Deutlich vor dem Getreide. Warte mal hier kurz, dann können wir den gleich weiter schicken. Gibt es eigentlich eine Mod, wo man mit Mausrad dann entsprechend ein bisschen zoomen kann? Ich würde hier manchmal gerne so ein bisschen an diese Hebel oder so mal ran zoomen. Das geht leider nicht. Würde ich cool finden. So, und jetzt das Feld hier entsprechend auch schon im Wachstum nicht mehr abgeerntet und schon Wachstumsphase 1 und 100% wieder gedüngt. Lohnt sich also sehr zu striegeln, auch wenn es tatsächlich etwas ist, was man nur bedingt maximieren kann. Also die Spritzen gibt es ja bis 40 Meter oder 36 oder sowas. Und die Striegel gibt es eben nur bis zu einer gewissen Breite und dann ist da Feierabend. Allerdings gibt es, wenn man ein frisch gesätes Feld striegelt, keine... Also wenn man das spritzt, gibt es ja 10 oder 20% Verlust und wenn man es gleich striegelt, dann bleibt man bei den nahezu 100%. Da bin ich dann immer zu geizig, das liegen zu lassen. Ja, wie dem auch sei. Okay, die Folge ist auch schon wieder rum. Was haben wir in der Folge so geschafft? Wir haben ein bisschen Holz verkauft und unsere Maschinen, die Grasernte abgeschlossen. Und wir haben weiter fleißig Gerste geerntet. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann einfach in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.